E.T.A. Hoffmann, das Leben eines skeptischen Phantasten, von Rüdiger Safransky, gelesen vom Autor. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann war ein Spätentwickler, obwohl er früh als musikalisches Wunderkind galt und als 21-Jähriger zwei selbst verfasste, dickleibige Romane in der Schublade liegen hatte. Er ist 27 Jahre alt, als zum ersten Mal etwas Gedrucktes von ihm erscheint, dann dauert es noch einmal sechs Jahre, bis er 1809 mit dem Ritter Gluck sein literarisches Debüt gibt. Seit frühen Jahren hat er von der Künstlerexistenz geträumt. Er hat nicht genug getan, diese Träume zu verwirklichen. Er hätte sich, was er vermied, gegen die Erwartungen der Familie und des Herkommens stellen müssen. Er nimmt sich zunächst nur wenig Freiheit, etwas aus dem zu machen, wozu man ihn gemacht hat. Unwillig, geplagt und beglückt von Ausbruchsfantasien, aber zuletzt doch folgsam geht er den Weg, der ihn unter den juristischen Brotbaum führen soll. Er geht ihn aber mit Vorbehalt, er behält sich zurück, bleibt in der Reserve. Die lange Abwesenheit hat ihn nicht vor der routinierten Alltagsexistenz, aber vor ihren Verwüstungen bewahrt. Dieser quirlige, übernervöse, kleine Gnom kann warten, ohne dabei zu verzichten. Er nimmt, was der Tag gibt, bleibt aber zu ungeduldig, zu anspruchsvoll fürs Behagen. Unfreiwillig geht er in die Leere der Langsamkeit. Er ist Ende 30, als die angesammelten und angestauten Massen musikalischer und literarischer Fantasien losbrechen. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Es dauert nur wenige Wochen, dann redet das ganze literarische Deutschland von ihm. Auch der andere große Wunsch erfüllt sich. Seine Opa Undine kommt auf die Bühne in Berlin. Auf dem Höhepunkt seines Ruhmes reibt er sich verwundert die Augen. Und das soll es nun gewesen sein? Er macht weiter, muss aber nun mehr Wein zugießen. Er liebt das Leben und stirbt unter Protest. In Deutschland vergisst man ihn nach seinem Tode ziemlich schnell. Ein Tagesschriftsteller offenbar, dessen Zeit abgelaufen ist. Besonders in Frankreich aber wächst sein Ruhm. Dort gilt Hoffmann schon damals neben Goethe als wichtigster Repräsentant der deutschen Literatur. Erst mit dem Anfang dieses Jahrhunderts ist, angeregt durch die expressionistische und lebensphilosophische Faszination durch das abgründige Hoffmanns-Stern am deutschen Literaturhimmel wieder aufgegangen. Doch nie hat er sich, wie andere Klassiker, dafür geeignet, über die Leisten eines Anliegens, einer Botschaft, einer Philosophie, eines Systems geschlagen zu werden. Man gab ihm halb bewundernd, halb herabsetzend das Etikett »Dichter der entwurzelten Geistigkeit«. Tatsächlich, vom Wurzelwesen hat Hoffmann wenig gehalten. Über jene, die auf alle Fälle Wurzeln schlagen wollen, hat er in seinem Karottenmärchen »Die Königsbraut« köstlich gespottet. Und in der Prinzessin Brambilla, jenem Märchen von überschäumender Karnevalslust, heißt es, »Nichts ist langweiliger, als festgewurzelt in den Boden, jedem Blick, jedem Wort Rede stehen zu müssen.« So hat Hoffmann auch gelebt, die Tyrannei des Authentischen abwehrend. Nicht festgewurzelt in der Familie. Die Mutter- und Vaterrollen waren schwach besetzt, die gesellschaftlichen Mächte, sie lenken ihn, sie dringen aber nicht tief genug in ihn ein. Er behält Spielraum. Er beherrscht die Kunst des »als ob«. Er wird zu einem Gegner des »entweder oder«, jeder Ausschließlichkeit sich verweigernd, egal ob nun die Kunst, die Ideologie, die Familie, das Amt oder die Politik nach ihm greifen wollen. Seine Zeit macht es ihm nicht leicht, die Balance zwischen Engagement und Distanz aufrechtzuerhalten. Denn damals geht alles aufs Ganze. Philosophie und Kunst geraten unter den Druck der höchsten Wahrheit und des tiefsten Ernstes. Und die Politik explodiert in alle Lebensbereiche hinein. Das Ganze ist das Wahre, lehrt der hegelsche Zeitgeist. Da man aber nun beginnt, das Ganze politisch zu definieren, so ist es schließlich die Politik, die nach dem ganzen Menschen greift. Eine schlechte Zeit für die Gewaltenteilung, für den fröhlichen Relativismus, für das levantinische Lavieren, auf das sich Hoffmann so gut verstand. Nicht festgewurzelt in der Literatur, nicht im juristischen Beruf, nicht in der Musik, nicht in der Malerei. Den Preis, den er bezahlt, nirgends ganz ernst genommen zu werden. Er entschädigt sich, indem er auch seinerseits nichts ganz ernst nimmt. Bei den Autoritäten war er deshalb schlecht angesehen. Goethe hielt von ihm genauso wenig wie der preußische Polizeiminister Schuckmann, der ihn für einen Wüstling hält, der hauptsächlich für den Erwerb seines Weinhauslebens arbeitete. So ganz Unrecht hatte der übelmeinende Bürokrat gar nicht. Die künstlichen Paradiese des Rausches wollte der skeptische Phantast nicht missen. Und sein berühmtestes Märchen, Der goldene Topf, trägt die Punschterrine ins Allerheiligste der Literatur. Nicht Rede stehen! Denn Gewalten, die zu bestimmter Rede zwingen wollen, ihnen hat Hoffmann widerstanden. Dem Geist seiner und unserer Zeit entgegen vermeidet er beides. Die Sprache der Herzensergießung und die Sprache der Weltverbesserung. Zwischen Innenwelt und Außenwelt, gegen die Zumutungen der Intimität und gegen die Zumutungen der Politik, bewahrt Literatur bei Hoffmann die Dimension des Gesellschaftsspiels. Denkwürdig für uns heute, die wir Literatur gerne als Therapie, als Botschaft oder als Bekenntnis verstehen und vielleicht missverstehen. Donner liebendenнали, Wenn die Zumutungen des Gesellschaftsspiels. die zwingen wollen, die zumutungen der Politik, die zumutungen der Weltverbesserung haben. die zumutungen des Gesellschaftsspiels. Die zumutungen des Gesellschaftsspiels. Die zumutungen des Gesellschaftsspiels. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er wird später aus Bewunderung für den großen Mozart seinen dritten Vornamen durch Amadeus ersetzen. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann entstammt einer Verwandtenehe und fast wäre er dem Vorbild seiner Eltern gefolgt, als er sich im Jahre 1798 mit seiner Cousine Minna Dörfer verlobte. Zur Heirat kam es aber dann doch nicht. Die Eltern? Der zweite starb kurz nach der Geburt, Ernst Theodor war der dritte. Er wurde geboren, als die Ehe der Eltern sich schon aufzulösen begann. Die Hoffmanns waren ein Geschlecht von Pfarrern, Feldpredigern und Schulmeistern, schon über Generationen in Ostpreußen ansässig. Eine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter ist die einzige Berühmtheit unter den Vorfahren. Es war die Anna Neander aus Tarau, die 1636 einen Pfarrer heiratete, dessen Freund, vermutlich Simon Dach, zum Festtag ein nachmals sehr volkstümliches Lied verfasste. Anken von Tarau ist die mir gefällt. Juristen waren damals Angesehene als Pfarrer und Schulmeister. Hoffmanns Vater hatte also einen sozialen Aufstieg geschafft, als er Hofgerichtsadvokat wurde, weshalb die Dörfers, die Eltern der Mutter, eine alteingesessene, angesehene Juristenfamilie in Königsberg, in ihm auch eine halbwegs gute Partie sahen. Doch der Vater hielt nicht, was die Dörfers sich von ihm versprachen. Er war nicht karrierebewusst, trank, liebte das Musizieren, dichtete auch ein wenig und vernachlässigte seine Amtsgeschäfte. Kein ordentlicher Beamter, kein solider Ehemann, schwer zu ertragen für Louisa Albertina, die Mutter, deren Welt die Meinung der Leute, die Pflichten des Anstandes und die Reinlichkeit der häuslichen Ordnung war. Zwei Jahre nach der Geburt Ernst Theodors trennen sich die Eltern. Der Vater zog mit seinem ältesten Sohn nach Insterburg. Die Mutter kehrte mit dem zweijährigen Ernst Theodor in das Haus ihrer Eltern zu den Dörfers zurück. Dort blieb Hoffmann bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr. Es leben dort zwei unverheiratet gebliebene Tanten und ein ebenfalls unverheirateter Onkel, gedämpft, zurückgezogen, bedacht, die Formen der Schicklichkeit einzuhalten. Die Großmutter, eine ehrfurchtgebietende alte Dame, wach darüber. Der Onkel, Otto Wilhelm Dörfer, ist der einzige Mann im Hause. Er ist ein gescheiterter Mensch. Er hatte seine juristische Laufbahn abbrechen müssen, weil die erste Probe im Plädieren als Advokat gegen einen überlegenen Gegner unvorteilhaft ausgefallen war. Du bist von deiner Familie umgeben gewesen, schreibt Hoffmann in einem Brief an seinen Freund Hippe vom 6. März 1806. Ich habe keine. Du sollst für den Staat leben und steigen. Mich fesselt eine elende Mediokratät, in der ich sterben und verderben kann. Die soziale Stellung der Dörfers war, solange der Großvater, der Hofgerichtsadvokat und Konsistorialrat Johann Jakob Dörfer noch lebte, durchaus nicht medioker gewesen. Doch nach des alten Dörfers Tod beginnt sich das zu ändern. Ein Haus, dem ein gescheiterter Beamter, eine sitzengebliebene und eine geschiedene Frau mit ihrem Kind, geschieden von einem Manne, der nicht den besten Ruf hat, angehören, ein solches Haus verliert langsam die Reputation, auch wenn noch die alte Konsistorialrätin ihm vorsteht. Und wenn man sich dann noch vom gesellschaftlichen Leben der Stadt so zurückzieht, wie das die Dörfers tun, ist das ehemalige Prestige bald aufgezehrt. Langsam wächst bei den Dörfers die Angst vor dem Abstieg. Die Angst macht eng. Überanpassung an Normen, vor denen man auf keinen Fall versagen will, ist die Folge. Wenn ein selbstbewusst gelassener Umgang mit den Konventionen fehlt, verlieren diese an Überzeugungskraft. Die ängstliche Weitergabe von Normen bleibt ohne Autorität. Wenn Hoffmann seiner Familie bei Gelegenheit vorwirft, sie sei zu schwach gewesen, ihn zu lehren, sich in die Umstände zu schicken, dann bezieht er sich auf diese Art des Autoritätsverlustes. Mit dem langsamen Abstieg der Familie hängt auch zusammen, dass die geselligen Musikabende im Hause Dörfer fast ganz aufhören. Nur sehr frühe Kindheitserinnerungen Hoffmanns berichten davon. Man trieb damals beträchtlichen Aufwand. Manchmal war der Stadtpfeifer zu Gast, brachte auch seine Gesellen mit. Es wurden kleine Symphonien gespielt, der Knabe durfte auf die Pauke hauen. An einen flötenden Zollinspektor erinnert sich Hoffmann, der sich im Atem so gewaltig übernahm, dass er die Lichter am Notenpult ausblies. Die Damen vereinigten sich zum Gesang und intonierten Chöre aus populären Singspielen. Man stellte lebende Bilder, die der alte Podbielski, der Domorganist von Königsberg, auf einem knarrenden Flügel begleitete. Dazwischen wurde Punsch und Tee getrunken. Einmal war sogar eine pensionierte Hofsängerin zu Gast. Sie brachte einen Hauch Rokoko in das bürgerliche Gesellschaftszimmer. Im reich verzierten, eng geschnürten, bunten Kleid trug sie Bravour-Arien vor. Im aufgesteckten und gepuderten Haar nickten Porzellanblumen zum Takt. Während der Pausen schnupfte sie aus einer Porzellandose, die wie ein Mops aussah. Man bewunderte die Demoiselle und hielt sich viel darauf zugute, ihrer nicht mehr ganz reinen Stimme lauschen zu dürfen. Das alles war für den heranwachsenden Hoffmann die versinkende Welt der frühesten Kindheit. Jetzt ist es im Hause still geworden. Gesellschaften werden nur noch selten gegeben. Die Dörfers schirmen sich ab. So wächst Hoffmann auf, in Dürreheide, wie er einmal schreibt. Seine Umwelt muss er sich alleine entdecken und erobern. Ja, ja, in meiner ersten Erziehung, zwischen den vier Mauern mir selbst überlassen, liegt der Keim mancher von mir hinterher begangenen Torheit. Mit diesen Worten entschuldigt Hoffmann im Frühjahr 1803 seinem Freund Hippel gegenüber seinen spottlustigen und aufsässigen Charakterzug, der ihm soeben eine Strafversetzung ins polnische Block eingetragen hat. Sich selbst überlassen bedeutet für einen Bürgersohn des ausgehenden 18. Jahrhunderts in der Regel den Büchern überlassen. In dem lesehungrigen und schreibwütigen Zeitalter beginnen die herkömmlichen Erziehungsmächte Elternhaus und Schule an Autorität einzubüßen. Die junge Generation geht auf Entdeckungsfahrt in die sich grenzenlos öffnende Welt der Literatur. Die Familien, auch wenn sie machtvoller auftreten als die Hoffmannsche, können der Anziehungskraft dieser neuen Welt nichts entgegensetzen. Ebenso wenig wie die Schulen, in denen ein Bildungskanon gepflegt wird, den die junge Generation als hoffnungslos verstaubt empfindet. Mit dieser Art von Bildung kann sich eine Generation nicht zufrieden geben, die soeben mit klopfendem Herzen und erhitztem Kopf Goethes Wärter, Rousseaus Bekenntnisse und großes Geheimbundroman »Der Genius« verschlingt. Die Viehleserei, der sich junge Leute wie Hoffmann gerne hingeben, wird am Ende des 18. Jahrhunderts in den bürgerlichen und kleinbürgerlichen Kreisen fast epidemisch. Pädagogen und Kulturkritiker beginnen darüber zu klagen. Was im Lesenden vorgeht, lässt sich schwer kontrollieren. Da gibt es geheime Erregungen, Fantasien im Verborgenen. Das lesende Frauenzimmer auf dem Sofa, Romane verschlingend, überantwortet es sich nicht verhüllten Exzessen? Und die lesenden Gymnasiasten, nehmen sie jetzt nicht Teil an Abenteuern der Erwachsenen, an Abenteuern, von denen sich ihre Erziehungsberechtigten nicht träumen lassen? Die Autorität der großen, wichtigen Bücher, die Bibel, Erbauungsschriften, Kalender, die mehrfach gelesen und studiert werden, schwindet. Man verlangt nach einer größeren Masse von Lesestoff, nach Büchern nicht dafür geschaffen, dass man in ihnen liest, sondern dafür, dass man sie verschlingt. Besonders Romane eignen sich für solche Lektüre. Zwischen 1790 und 1800 erscheinen 2500 neue Romantitel auf dem Markt, genauso viel wie insgesamt im Jahrhundert zuvor. Die literarische Konjunktur reißt ein Publikum mit sich, das für eine gewisse Zeit lang die säuberliche institutionelle Trennung von Literatur und Leben verlernt, beziehungsweise noch nicht in sie eingeübt ist. In der Lese- und Schreibwut äußert sich der Wunsch nach intensiverem Selbstgefühl. Dieser Wunsch entspringt dem durch die Aufklärung und die Empfindsamkeit geweckten Sinn für die eigene Individualität. Man will sich fühlen. Vom Leben verlangt man Lebendigkeit. Und wenn die äußeren Umstände dem entgegenstehen, dann muss eben die Identifikation mit literarischen Mustern aus dem im belanglos alltäglichen Ritual verrinnenden Lebensstrom bedeutungsvolle Momente herausheben. Man will sein Leben im Spiegel der Literatur aufwerten, ihm eine Dichte, eine Bedeutung, eine Dramatik und eine Atmosphäre geben. So kann der Lesende, der nach seiner im Alltag verschollenen Existenz sucht, zum Selbstgenuss kommen. Auch der junge Hoffmann liest, als ginge es um sein Leben. Mit dieser neuen Lust am Literaturleben hängt eine andere große Tendenz der Epoche zusammen. Die Lust am eigenen Ich. Goethes Werther hatte den Ton angegeben. Ich kehre in mich selbst zurück und finde eine Welt. Hoffmann und seine Generation haben diese Wendung begeistert aufgegriffen. An Hippel schreibt er, Ich studiere also jetzt die Kunst, in mir selbst alles zu suchen und glaube auch, mit der Zeit in mir zu finden, was mir nützen kann. Was hier im vertrauten Briefverkehr verlautbart wird, hat Novalis auf offenem Literaturmarkt und mit überhitztem Anspruch verkündet. Wir träumen von Reisen durch das Weltall. Ist denn das Weltall nicht in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht. Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft. Es beginnt eine Zeit der großen Unbescheidenheit. Der selbstreflektierende und selbstbewusste Blick ins eigene Innere rührt, so glaubt man an den Kern der Welt. Das gilt für die Religion, die Natur, die Gesellschaft. Zu den beiden großen Quellen der Lust, die Literatur und das eigene Ich, kommt noch eine dritte, das Geheimnis. Hoffmann steht mit ihm auf vertrautem Fuß. Im Jahrzehnt vor und nach der Französischen Revolution hatte die Lust am Geheimnis Konjunktur. Das Licht der Aufklärung verlor an Glanz. Bis in die einfachen Volksschichten war es sowieso nicht vorgedrungen. Die pragmatischen Aufklärer, stellenweise mit einem paternalistisch-absolutistischen Staatswesen im Bunde, hatten es nicht vermocht, das Alltagsleben durchzurationalisieren, den Aberglauben und die oft magischen Elemente des Brauchtums gänzlich zu beseitigen. Am Ende des Jahrhunderts kann das Wunderliche wieder selbstbewusst als das Wunderbare auftreten. Der Kult des Wunders macht die jungen Leute geneigt, vom Schicksal ihren Lebensweg gewiesen zu bekommen. Hoffmann schreibt an seinen Hippel, zum größten Glück in meinem Leben würde ich rechnen, wenn mich ein günstiges Schicksal ganz mit dir vereinte. Man rechnet, womit man nicht rechnen kann, mit überraschenden Wendungen, Begegnungen, die das große Glück bringen. Überhaupt ist die Vorliebe für Peripetien auffällig. Die Literatur der Zeit versteht sich gut darauf. Nichtsahnend ging ich aus dem Haus als plötzlich. Das wird jetzt die Formel der Spannungserzeugung. So ähnlich wird auch Hoffmann seinen Ritter Gluck beginnen lassen. Ein schöner Spätherbsttag im Tiergarten, da geschieht das Unvorhersehbare. Gluck kehrt wieder und der Erzähler hat eine Begegnung, die ihn aus aller Mittelmäßigkeit reißt. Diese Erzählungen, die Hoffmann verschlungen hat, folgen zumeist einem festen Schema. Ein harmloser Mensch gerät in geheimnisvolle Verwicklungen. Er wird verfolgt, Menschen kreuzen seinen Weg, die alles über ihn zu wissen scheinen. Allmählich bemerkt er, dass er sich in einem Netz einer unsichtbaren Organisation verfangen hat. Oft dient auch eine schöne Frau als Lockvogel. Zum Bedrohlichen gesellt sich das süße Geheimnis. Vielleicht dringt er in den Bund vor, vielleicht sogar bis in seine innersten Verliese. In der schwarzen Höhle ließ ein flackerndes Licht jäh, weiße Gesichter erscheinen und so weiter. Manchmal wird er eingeweiht in die Mysterien des verborgenen Wissens und der verborgenen Zwecke des Bundes, lernt die Führer kennen. Zu seinem Entsetzen handelt es sich dabei oft um Menschen, die er schon lange kennt, aber die er bisher in einem anderen Licht gesehen hat. In diesen Geschichten gibt es den Guten und den Bösen Bund. Und wenn erzählt wird, wie diese beiden im Kampf miteinander liegen, dann wird das Ganze vollends undurchsichtig und verwickelt. Es wimmelt von Doppelagenten und es gibt kaum noch Zimmer ohne doppelte Böden und Schränke ohne geheime Türen. Man kann auch nicht mehr über die Straße gehen, ohne von einem Emissär mit schmalem Gesicht und dünnen Lippen angesprochen zu werden. Die Geheimbundromane, die den Buchmarkt überschwemmten, sie beherrschten virtuos die Kunst, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen zu geben. Sie werden deshalb auch von den jungen Leuten, die sich der Schule des Rationalismus entwachsen fühlen, eifrig gelesen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich bei ihnen der Roman »Der Genius« von Karl Grosse. Der junge Teague liest ihn in einem Zuge seinen Freunden vor und erregt sich dabei so, dass er um seinen Verstand fürchtet. Er braucht eine Woche, um sich zu erholen und schreibt dann an seinem Roman »William Love«, worin auch eine Geheimgesellschaft ihr dunkles Spiel treibt. Dem jungen Hoffmann ergeht es nicht anders. »Es war ein schöner Abend, an dem ich den letzten Teil des Genius las. Meine Fantasie hatte einen Festtag, es war elf Uhr, als ich das Buch aus der Hand legte. Das Aufwallen von unzähligen Leidenschaften hatte meinen Geist in eine Art von matter Betäubung gesenkt. In einem Zustand, der gleich weit vom Wachen und Schlafen entfernt ist, lag ich auf meinem Bette. Ein Knistern weckte mich, ein schneidender Luftzug durchwehte meine Stube. Ich sah auch meinen Genius.« Wenig später schreibt Hoffmann tatsächlich seinen Genius. Er nennt das Werk »Cornaro«, Memoiren des Grafen Julius von S. Das Vorbild Grosse hat seinem Roman den Untertitel gegeben. »Aus den Papieren des Marquis von G.« Hoffmanns Generation lernt, das Geheimnis zu schätzen, nicht weil die Aufklärung daran ihre Kraft erproben kann, sondern darum, weil es der Aufklärung trotzt. Das Unerklärliche ist nicht länger mehr ein Skandal, sondern ein Reiz. »Manches bleibt in Nacht verloren«, singt Eichendorff. Die Lust am Nächtlichen, am Geheimnisvollen, hängt auch zusammen mit einer neuen Erfahrung, die zur Ich-Aufwertung gehört. Wer sich selbst so intensiv fühlen und begreifen will, der wird sehr bald die Entdeckung von undefinierbarem und vieldeutigem machen. Das innere Zwielicht beginnt, wo die Neugierigen im Ich mehr entdecken als die gängigen Münzen des Gemeinsinns. Während Forschungsexpeditionen die Wildnis hinterm stillen Ozean erkunden, machen sich andere daran, die Wildnis in uns zu erforschen. Für Hoffmann werden dann die tiefen Schauer jenes geheimnisvollen Grauens solche sein, die in unserer eigenen Brust wohnen. Hoffmann folgt dem Herkommen, den Erwartungen der Familie. Er wird Jurist, trotz seiner künstlerischer Leidenschaft. Er komponiert, zeichnet und er schreibt. Aber alles dieses nebenher, neben dem Jurastudium in Königsberg und der Tätigkeit dann als Referendar, Assessor und schließlich Regierungsrat, seine Stationen dabei sind, Logau in Schlesien, Posen, Plock und Warschau, das nach der zweiten polnischen Teilung preußisch geworden war. Napoleon hatte das so angeordnet und Napoleon war es auch, der diesen Zustand beendet. 1806 verjagt er die preußischen Beamten, auch E.T. Hoffmann, der inzwischen verheiratet ist mit Mischa, einer schönen Polin. Durch höhere Gewalt also wird er auf seine Existenz als freier Künstler zurückgeworfen. Das sind dann seine Jahre als Kapellmeister in Bamberg von 1808 bis 1813. Er hat dort vieles zu leiden. Der große Erfolg, der Durchbruch als Musiker und Komponist bleibt aus. In dieser Situation wird das Schreiben für ihn zur Entlastung. Der gebeutelte Musiker von Profession braucht nicht nur eine finanzielle, sondern vor allem eine seelische Kompensation. Er will sich als Musikschriftsteller versuchen. Ehrgeizige literarische Pläne hat er vorläufig noch nicht, doch es drängt ihn über das bloß rezensierende und theoretisierende Genre hinaus. Er will erzählen, was er gelitten hat. Doch seiner Art entsprechend, die ungern, ungeschützt das Innere nach außen kehrt, versteckt er sich hinter einem Protagonisten, dem er das eigene Leiden auflädt, den er aber auch mit einem musikalischen Genie ausstattet, dessen er sich selbst nur in seltenen Augenblicken des Gelingens sicher ist. Dieser Protagonist ist der Kapellmeister Johannes Kreisler, eine Figur, die er irgendwann Anfang 1810 erfindet. Immer wieder ist Hoffmann später auf diese Gestalt seines alter Ego zurückgekommen. Ihr hat er seine Erfahrungen als Musiker anvertraut, seine Ängste, Zweifel und Wünsche. Kreisler ist Hoffmanns Dubel für gefährliche Aufgaben. Er muss sich in grellen Kontrast zum unverständigen Publikum setzen. Er darf seine Gönner von Herzen verachten. Die Wahrheit darf er über sie ausplaudern. Ohne Angst davor, exzentrisch zu erscheinen, darf er seine Gedanken zu Ende denken. Er darf sich von einem künstlerischen Enthusiasmus treiben lassen, der ihn an die Grenzen des Wahnsinns führt. In der Gestalt des Johannes Kreisler ist alles monumentalisiert. Lähmung und Hochtrieb des künstlerischen Schaffens, die Leiden des Verkanntwerdens, der Hass gegen die Welt des kunstfeindlichen und nur dem Nützlichkeits- und Karrieredenken verhafteten bürgerlichen und aristokratischen Spießertums. Diese Figur, an der Hoffmann lange festhalten wird, verändert sich mit der Entwicklung ihres Autors. Zunächst ist Kreisler die Gestalt des emphatischen Kunstwillens in polemischer, tierischer Entgegensetzung zu einer banausischen Umwelt. Dann ist er ein Musiker, dem es nicht an Inspiration, aber an Gestaltungskraft fehlt und der deshalb in einem Meer von inneren Erscheinungen, die nicht zum Werk werden, zu versinken droht. Nach Hoffmanns Julia-Erlebnis wird Kreisler der aus unglücklicher Liebe Wahnsinnige. Der Kreisler des Katamors schließlich tritt, trotz aller mysteriöser Geschichten, in die er verwickelt ist und trotz seiner enthusiastischen Kunstbegeisterung, als ein Skeptiker auf, der nicht nur gegen die äußere Begrenzung rebelliert, sondern auch seine eigenen Grenzen erkannt hat. So wird ihm zum Beispiel bewusst, dass die goldene Freiheit der Kunst doch nicht das für ihn adäquate Milieu darstellt, dass er jemand ist, der auf die Kerkerluft der Beamtenexistenz angewiesen bleibt. Diese letzte Version der Kreisler-Figur ist durchaus nicht die romantische Variante des faustischen Typs. Er repräsentiert vielmehr die eigenartige Mischung aus romantischem Wahnsinn und beamteter Solidität. Im Frühjahr 1810, zur Zeit der Niederschrift des ersten Stücks Johannes Kreisler des Kapellmeisters musikalische Leiden, ist der Kapellmeister noch fast ausschließlich polemische Figur der Kunstbetriebssatire. Bei der Namensgebung allerdings dürften bereits die Überlegungen eine Rolle gespielt haben, die Hoffmann im Kreisler-Roman später entwickelt. Dort erläutert Kreisler die Bedeutung seines Namens folgendermaßen Sie können nicht wegkommen von dem Wort Kreis und der Himmel gebe, dass sie denn gleich an die wunderbaren Kreise denken mögen, in denen sich unser ganzes Sein bewegt und aus denen wir nicht herauskommen können. Wir mögen es anstellen, wie wir wollen. In diesen Kreisen kreiselt sich der Kreisler und wohl mag es sein, dass er oft ermüdet von den Sprüngen des Sankt-Veits-Tanzes, zu dem er gezwungen, rechtend mit der dunklen unerforschlichen Macht, die jene Kreise umschrieb, sich hinaussehend ins Freie. Und der tiefe Schmerz dieser Sehnsucht mag nun wieder eben jene Ironie sein. Die Kreise, in denen sich der Kreisler der musikalischen Leiden kreiselt, sind noch nicht die des irdischen Daseins überhaupt, sondern die Kreise der musikalischen Soireen in den besseren Häusern am Ort, wo der Kapellmeister als musikalische Animateur und Handlanger zu agieren hat. Sie sind alle fortgegangen, so beginnt die Schilderung einer dieser Soireen im Hause des geheimen Rats Röderlein, der seinen Gästen neben Tee, Punt, Schwein, Gefrorenem immer auch etwas Musik präsentiert, die von der schönen Welt ganz gemütlich eingenommen wird. Diesmal endet der Abend mit einem Eklat, den Kreisler provozierte. Mit dem Spiel der Bachschen Goldberg-Variationen, die, weil sie dem leichten Genuss nicht entgegenkommen, keiner hören möchte, hat er die Gesellschaft auseinandergetrieben. Jetzt sitzt er alleine am Klavier, während die linke Hand am Strom der Töne fortarbeitet, schreibt er sich die Qualen dieses Abends von der Seele. Schon diese Ausgangssituation gibt den Umrissen die ganze Problematik. Der einsame Künstler, der sein Publikum nicht versteht und der es gerade darum provoziert, der vor ihm flüchtet und der es gleichzeitig in die Flucht schlägt, der in seinen Diensten steht und doch sich ihm himmelhoch überlegen weiß. Kreisler befindet sich im Kriegszustand. Die Bachschen Variationen sind seine Waffe. Was haben ihm aber die Leute angetan? Nun, sie haben ihn zur musikalischen Unterhaltung zugezogen. Man will sich in angenehme Stimmung versetzen. Dazu putzt man sich heraus, nimmt Getränke und Speise, dazu singt man und spielt den Dessauer Marsch und blühe liebes Feilchen. Oder wenn man fürs große Genre ist, wählt man mehrstimmige Partien aus dem Titus. Das alles bringt man zu Gehör, so gut man es eben kann, ohne den Zweck der Zusammenkunft, den der angenehmen Unterhaltung und Zerstreuung aus dem Auge zu verlieren. Diesem Zweck ist die Musik untergeordnet. Gut gewählt hat sie durchaus nichts Störendes. bei diesen Gelegenheiten gleichen. Von ihr soll ein bequemer Reiz ausgehen, der die Aufmerksamkeit nicht zu sehr in Anspruch nimmt. Unverbindlichkeit ist gefragt, denn die Arbeit, von der man sich erholen will, enthält Verbindlichkeit genug. Bei Röderleins beschränkt man sich aber nicht auf den passiven Genuss der Musik. Ein Teil der Gäste will selbst musizieren und singen. Das alles soll spontan wirken. Man ist gut bei Stimmung, hat sich freigemacht. Natürlich sind die improvisierten Chöre und Duette von langer Hand vorbereitet. Kreisler ist dafür zuständig. Die röderleinschen Töchter können darauf rechnen, dass ihnen die Darbietung eines Liedes abverlangt wird. Sie müssen sich aber überrascht geben, so will es das Ritual. Keine mag anfangen. Mein Einfall, ich habe ihn jedes Mal berichtet Kreisler, beide möchten mit einem Duo anfangen. Dieser Einfall wird gewaltig beklatscht, das Buch durchblättert, das sorgfältig eingeschlagene Blatt endlich gefunden und nun geht's los. Man will sich zeigen, das ist der soziale Sinn der musikalischen Exzesse und das ist die Gemeinsamkeit, unter deren Decke aber Konkurrenz waltet, wie auch sonst in der Gesellschaft. Die Finanzrätin, gepeinigt von der Vorstellung, sie könnte ihr Können nicht an den Mann bringen, räuspert, ich singe auch und singt dann auch. Ein Tituskopf, auch zu großen Leistungen aufgelegt, bemerkt unüberhörbar, er sei eigentlich nur ein zweiter Tenor, aber freilich Mitglied mehrerer Singakademien. Kreisler leidet, weil er seine heilige Kunst in diese hemmungslosen Selbstbehauptungs- und Konkurrenzkämpfe verstrickt sieht. Hoffmann hat dafür ein prägnantes Bild gefunden. Er spricht von dem barbarischen Chaos der Stimmen, die nicht mehr aufeinander hören, sondern nur sich Gehör verschaffen wollen. Es geht eben auch bei der Musik um Verdienst und Gewinn. Es wird an Karrieren gearbeitet, wenn Töchter zum Singen abgerichtet werden. Und das hat der arme Kreisler zu besorgen. Als Berufsmusiker ist er ein Funktionär des bürgerlichen Unterhaltungs- und Selbstdarstellungsinteresses. Er leistet entfremdete Arbeit und ist im Übrigen als ganz untergeordnetes Subjekt zu betrachten. Der einzige Mensch, mit dem sich der Kapellmeister versteht, ist denn auch der Hausdiener Gottlieb. Ihm und sich selbst ruft er am Ende zu, wirf ihn ab, den verhassten bedienten Rock. Gegen den bürgerlichen Kunstutilitarismus, der ihn ins Dienstleistungsgewerbe wirft, setzt Kreisler eine Kunstmetaphysik, die ihn zur Würde des Priestertums emporhebt. Er glaubt, die Kunst ließe den Menschen sein höheres Prinzip ahnen und führe ihn aus dem törichten Tun und Treiben des gemeinen Lebens in den Isis-Tempel, wo die Natur in heiligen nie gehörten und doch verständlichen Lauten mit ihm spräche. E.T.A. Hoffmann hat seinem Johannes Kreisler nicht nur die eigenen künstlerischen Leiden anvertraut, sondern hat ihm auch die Geschichte seiner unglücklichen Liebe zu Julia Mark einer Gesangsschülerin aufgeladen. In der Einleitung zum zweiten Teil der Kreislerianer Ende 1814 geschrieben heißt es So scheint auch Kreisler durch eine ganz fantastische Liebe zu einer Sängerin auf die höchste Spitze des Wahnsinns getrieben worden zu sein. Fast alle Tagebuchaufzeichnungen der Angst vor dem Wahnsinn sind in den Monaten heftigster Liebe zu Julia entstanden. Am 6. Januar 1811 notiert Hoffmann gespannt bis zu Ideen des Wahnsinns die mir oft kommen. Warum denke ich schlafend und wachend so oft an den Wahnsinn? Knapp zwei Monate später Käthchen 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 so nennt er Julia im Tagebuch exaltiert bis zum Wahnsinn. Am 5. Februar in einer wahrhaft fürchterlichen Stimmung Käthchen bis zum Wahnsinn zum höchsten Wahnsinn. Am 13. Juni Zank mit Käthchen im Gefolge von gestern bis zum Wahnsinn Verstimmt. Im November 1808 kurz nach seiner Ankunft in Bamberg wird Hoffmann bei der verwitweten Konsulin Mark einer Schwägerin des Arztes Friedrich Albert Markus eingeführt. Er soll die beiden Töchter im Gesang unterrichten. Julia die Ältere ist zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Sie ist über ihr Alter gereift, hübsch und hat eine schöne Stimme. Zwei Jahre unterrichtet er sie, bis er sich irgendwann Ende 1810 in seine Schülerin verliebt. In seinem Tagebuch gibt er ihr den Namen der heimlichen Kaisertochter aus Kleists 1810 erschienenem Schauspiel Das Kädchen von Heilbronn. Über ein Jahr lang hat Hoffmann sich äußerste Zurückhaltung auferlegt, hat seine Gefühle nicht gezeigt, hat sie nur dem Tagebuch anvertraut. In griechischer deshalb für seine Frau Mischa nicht entzifferbarer Schrift notiert er am 16. Februar 1811 Diese romantische Stimmung greift immer mehr um sich und ich fürchte, es wird Unheil daraus entstehen. Zwei Tage später Käthchen in ihr Leben und sind wir. Um Mischa Irre zu führen, setzt er später hinzu in der Kunst. Schnell erreicht seine nach außen stumme Leidenschaft eine verzweifelte Energie. Hol der Teufel die kuriose Stimmung. Entweder schieße ich mich tot wie einen Hund oder ich werde toll, schreibt er am 28. Februar 1811. Hoffmann liebt Julia nicht nur platonisch. Am 18. März 1811, seine Gefühle für das Mädchen haben laut Tagebuch beinahe den höchsten Grad erreicht, legt sich Hoffmann ins Bett und onaniert. Er verschlüsselt das in der Bemerkung abends Pipi Campo und geistiger Ehebruch. Natürlich wird sein körperliches Verlangen von der zunächst ahnungslosen Julia enttäuscht. Erleichterung verschafft Hoffmann die Affäre mit der Demoiselle Neuherr, eine sehr junge Schauspielerin, die noch 1809 in Kinderrollen aufgetreten war und jetzt in Bamberg das Fach der zweiten Liebhaberinnen betreut. Die Neuherr ist für ihn, wie er ins Tagebuch einträgt, ein Blitzableiter. Die Affäre mildert den Druck der von Julia frustrierten Wünsche. Am selben Tag noch, an dem Hoffmann sich auf die Neuherr einlässt, schreibt er, gefunden, dass es möglich ist, von Käthchen zu abstrahieren. Das Abstrahieren verläuft also nicht so, wie es die fromme Legende von der vergeistigten Künstlerliebe will. Anfang 1812 kann Hoffmanns Vorsicht und Scheu die Gefühle nicht mehr zurückhalten. Wieder in griechischer Schrift notiert er, sie weiß alles oder vielmehr ahnt. Die Mutter ahnt wohl auch etwas, denn Ende Januar 1812 gibt es im Hause Mark ärgerliche Szenen, die Hoffmann den Vorsatz fassen lassen, nicht mehr zu den Marks zu gehen. Aber wenige Tage später ist er wieder dort. Bei einigem Besinnen weiß Hoffmann, dass aus seinen leidenschaftlichen Wünschen keine Wirklichkeit werden kann. Die 20 Jahre jüngere Julia ist von der Mutter für eine einträgliche Ehe vorgesehen. Hoffmann ist verheiratet, seine gesellschaftliche Stellung in Bamberg ist mittelmäßig, er hängt mit sanfter Liebe an seiner Frau, nur in wilden Fantasien kann er sich mal notiert er im Tagebuch den Wunsch nach Italien zu fliehen. Solche Ausbruchs Fantasien machen ihm ein schlechtes Gewissen. Deshalb nimmt er jetzt bei seinen nachmittäglichen Spaziergängen nach Bug vor den Toren Bambergs meistens Mischa mit. Er führt sie auch im Hause Marc ein. Doch die Besänftigung seiner Gefühle, die er sich davon erhofft, bleibt aus. Der Widerspruch zwischen Begehren und Wirklichkeit spitzt sich zu, ist kaum mehr auszuhalten. Nachdem er von Kleists gemeinsamen Tod mit Henriette Vogel gehört hat, kreisen seine Gedanken einige Tage lang um die Idee des Doppelselbstmordes als Liebestod. Am 3. Februar 1812 schreibt er »Sonderbar romanesk zärtliche Stimmung Rücksichts Kältchen« »Sie kränkelt« »Gemeinschaftliche Todesgedanken« Er wünscht den gemeinsamen Tod, die beiden aber haben nicht gemeinsam darüber gesprochen. In Kreiseln der Heftigkeit wechseln die Gefühle. Da denkt er mit Lust an den Untergang seines Selbst, dann hat er zwei Tage später Angst davor. Dann wird er plötzlich zum neugierigen Beobachter seiner Selbst. Er schreibt »Betrachtungen über das Selbst, dem der Untergang droht«, es ist etwas Ungewöhnliches, noch nicht Erlebtes. Aus dieser »Neugier« wird ironische Distanz, die das eigene seelische Befinden auf einen literarischen Goldgrund aufträgt. »Ironie über mich selbst, ungefähr wie im Shakespeare, wo die Menschen um ihr offenes Grab tanzen. Einen Tag später »Ziemlich heitere Stimmung«, Betrachtungen über mich selbst, beständige Gedanken an Käthchen können zur fixen Idee sich verdichten. An diesem Tag fasst er auch den Plan zu einem musikalischen Roman, die lichten Stunden eines wahnsinnigen Musikers. Eifersucht reißt ihn aus dieser zeitweiligen Beruhigung wieder heraus. Im März 1812 kommt der wohlhabende Kaufmannssohn Gräpel aus Hamburg nach Bamberg. Die Konsulin Mark hat ihn für ihre Tochter Julia als Ehemann ausgesucht. Hoffmann hat in seiner Erzählung über den Hund Berganza ein vernichtendes Bild dieses Menschen gezeichnet. Gräpel hat keinen Sinn für Kunst und Literatur. Sein beliebtes Unterhaltungsmittel war die Zote. Hoffmann nennt ihn einen unsauberen Geist, der Abscheu und Ekel erregen musste. Nicht nur Hoffmann, auch andere Bamberger, die im Übrigen nichts gegen solche Ehegeschäfte einzuwenden hatten, waren von diesem Mann angewidert. Kunz, ein Freund der Bamberger Jahre, schreibt, Der Mensch war trotz seiner Jugend das Bild eines Greisen, ein ausgemergeltes Menschenmodell, die Male fleischlicher Begierde lagen auf Stirn, Augen und Wangen und die Imbezilität seines Geistes leuchtete aus jedem gesprochenen Worte. Durch diesen jämmerlichen Nebenbuhler, der als abgefeimter Lüstling es doch immerhin versteht, Julius Sinnlichkeit für sich zu gewinnen, fühlt sich Hoffmann, dem dies nicht gelungen war, tief in seiner Männlichkeit gekränkt. Zu seinem Entsetzen muss er erleben, wie Julia unter den Händen dieses Mannes sich plötzlich verändert. Käthchen lüstern freundlich, wie eine die besondere Erfahrung gemacht hat, notiert er im Tagebuch. Wie als müsse er sich nun seine Männlichkeit beweisen, geht Hoffmann in diesen Wochen häufig mit Kunz auf die Jagd, wo ihm auch nur eingebildete Treffer gelingen. Am 25. April 1812 berichtet er, höchst merkwürdiges Gespräch mit Käthchen, Sie kennen mich nicht, meine Mutter auch nicht, niemand, ich muss so vieles tief in mich verschließen, ich Situationen, denn für das Körperliche der Frau ist offenbar jemand anders zuständig, er muss sich mit der Rolle des Empfängers von Seelenbekenntnissen zufrieden geben. Die aufgestaute Wut auf den Nebenbuhler, der Neid und die Verachtung, die er ihm entgegenbringt, das verletzte Gefühl der Liebe, die Demütigungen, die Enttäuschungen, alles dies bricht schließlich aus ihm heraus, bei einem Ausflug nach Pommersfelden, zu dem das Brautpaar auch ihn eingeladen hat. Es wird viel getrunken, Gräpel ist der dröhnende Mittelpunkt der Runde, man will sich in den Abendstunden noch ein wenig ergehen, Kunst, der auch dabei war, erzählt. Mit sichtbarer Anstrengung erhob sich der Bräutigam von seinem Sitze, der Braut den Arm bietend. Hoffmann und ich schlenderten hinter dem Brautpaar her, die übrige Gesellschaft folgte gruppenweise. Kaum im Hofe vor dem Schloss angekommen, bemerkten wir, dass der Herr Bräutigam gewaltige Winkel bald rechts, bald links ausmaß und die Braut kaum im Stande war, ihn zu halten. Ein derber Ruck geschah, der die arme Julia niederzureißen drohte. Hoffmann sprang sie zu halten hinzu, ich auf die Seite des Sinkenden allein zu spät. Der Sturz war geschehen und der Ehekandidat lag, alle Viere von sich streckend auf dem Erdboden. Julia erblasste, rang die Hände, die Gesellschaft versammelte sich im Kreise um den Gestürzten. Hoffmann glühte vor Zorn und sich gegen mich wendend entfuhren ihm die mit lauter Stimme gesprochenen Worte. Sehen Sie, da liegt er, Schweinehund, wir haben doch auch getrunken wie er, uns passiert so etwas nicht, das kann nur so einem gemeinen prosaischen Kerl passieren. Alles erschrak bei diesen mehr schreiend als redend ausgestoßenen Worten. Julia warf Hoffmann Blicke der Verachtung zu, der Mutter entfuhren heftige Vorwürfe. Das Phantasma, was ihn bisher getäuscht, glaubte er als ein Geständnis in Julias Blicken und Gebärden zu lesen. Das Decrescendo seines Liebeslebens fuhr als Blitz aus heiterer Luft in sein Inneres. Er stand einen Augenblick wie niedergeschmettert, dann erhob er sich und entfernte sich mit schnellen festen Schritten. Das ist das Ende der Liebesgeschichte. Die Konsulin Mark verbietet Hoffmann das Haus. Die Leidensjahre als Kapellmeister in Bamberg gehen dem Ende zu. Hoffmann bekommt 1813 ein neues Engagement als Musikdirektor bei der Sekundarschen Operngesellschaft, die in Dresden und in Leipzig spielt. Hoffmann hatte in Bamberg kaum Notiz genommen von jenem weltgeschichtlichen Drama, das nun seinem Höhepunkt entgegenstrebt. Nach der preußischen Niederlage von Jena und Auerstedt 1806 steht Napoleons Herrschaft in Europa im Zenit. Sein Regime erstreckt sich bis nach Polen. Alle deutschen Länder sind ihm verpflichtet. Die napoleonische Armee operiert im Frühjahr 1813 in Thüringen und Sachsen. Im März 1813 rücken die Franzosen in Dresden ein, weichen dann zurück vor den anrückenden russischen und preußischen Truppen, wobei sie zur Sicherung des Abzugs die Elbbrücke sprengen. Für Hoffmann, der dieses architektonische Meisterwerk aus dem 13. Jahrhundert bewunderte, die erste Enttäuschung bei seiner Ankunft in Dresden. Die französischen Truppen ziehen sich nach Thüringen zurück, in ihrem Tross befindet sich der König von Sachsen. Dresden, seine Residenz, ist in preußisch-russischer Hand, als Hoffmann nach einer beschwerlichen und auch gefährlichen Reise, er muss ja von französischem in russisch-preußisches Gebiet überwechseln, dort ankommt. Diese Reise führt Hoffmann nicht nur ins Zentrum des Kriegsgeschehens, sondern auch ins Herz der Turbulenzen eines Zeitalters, das in bisher noch nicht gekannten Ausmaß politisch geworden ist. Er bekommt das Unterweg schon zu spüren, als ihm ein preußischer Vorposten erst durchlässt, nachdem Hoffmann mit ihm ein Glas Schnaps auf Preußens Gloria getrunken hat. Hoffmann bisher von großer politischer Gleichgültigkeit gerät unter Politisierungsdruck, eine Folge der Veränderung, die sich in der Sphäre des Politischen inzwischen auch in Deutschland vollzogen hat. Das Politische ist expansiv geworden. Es okkupiert Leidenschaften, Gesinnungen, Hoffnungen, Wünsche, die vormals in der politischen Öffentlichkeit noch nichts zu suchen hatten. Hoffmann bekommt es zu tun mit einer Politik, die sich anschickt, total zu werden. 1806 hieß es noch, der König hat eine Bataille verloren, jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht. Dagegen enthält der Aufruf von 1813, den übrigens der Freund Hippel, damals vortragender Rat bei Hardenberg, verfasste, eine umständliche Rechtfertigung der bisherigen königlichen Politik und fordert dann bedingungslosen Einsatz für die nationale Sache. Aber welche Opfer auch von Einzelnen gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir sie hingeben, für die wir streiten und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Im stillen Bannberg hatte Hoffmanns politische Gleichgültigkeit das angemessene Milieu. Jetzt in Dresden wird er wie noch nie herausgefordert. Am Tage von Hoffmanns Ankunft in Dresden am 25. April 1813 ziehen auch der preußische König und der Zar zusammen mit 20.000 Mann Gardetruppen in die kurz zuvor von den Franzosen geräumte sächsische Residenz ein. Goethe, der auf einer Reise in Dresden Station gemacht hat, verlässt am selben Tag die Stadt. Er ist ein Bewunderer Napoleons und möchte den Jubel feiern für die preußisch-russische Koalition aus dem Wege gehen. Doch auch Hoffmann ist nicht zum Feiern zumute, denn noch am Abend der Ankunft erfährt er, dass die sekondasche Operngesellschaft, deren Musikdirektor er nun ja ist, sich noch in Leipzig aufhält und dass es auch nicht abzusehen sei, wann sie nach Dresden kommen werde. Auch hört er gerüchtweise von Sekondas finanziellen Schwierigkeiten. Das alles erinnert ihn fatal an sein Bamberger Debüt. Auch dort war er angekommen, um kurz darauf den Bankrott des Theaters erleben zu müssen. Hoffmann dachte, mit seinem Wechsel nach Dresden endlich die Leer- und Martha-Jahre abschließen und eine größere Sicherheit gewinnen zu können. Stattdessen gerät er erneut in eine höchst unsichere Situation und muss sogar zweifeln, ob aus dem Engagement bei Sekonda überhaupt noch etwas wird. Unruhig und doch auch neugierig streift er während der nächsten Tage in den Straßen der Stadt umher, die er bei früheren Besuchen lieb gewonnen und in die er sich stets zurückgesehnt hatte. Seinem Tagebuch vertraute er damals den Stoßseufzer an, wann werde ich wieder in den paradiesischen Gefilden wandeln, wann werde ich Dresden wiedersehen. So paradiesisch sind die hiesigen Gefilde jetzt allerdings nicht. Die Elbbrücke ist zerstört, die Stadt quillt über von Soldaten, preußische Grenadiere lagern auf den prachtvollen brühlschen Terrassen, auf den malerischen Plätzen der Altstadt brennen Feuer, an denen sich die Soldaten ihre Fleischrationen braten. In der Nähe der goldenen Reiterstatue August des Starken in der Neustadt kampieren russische Soldaten. Im August beginnen wieder die Kriegshandlungen. Der Kampf um Dresden dauert drei Tage. Die Stadt erlebt die größte Kanonade ihrer bisherigen Geschichte. Auf dem Schlachtfeld bleiben einige zehntausend Tote zurück. Es ist Napoleons letzter Sieg. Inmitten des Pulverdampfes sitzt Hoffmann an einem Aufsatz über die romantische Oper. Wenn er nicht schreibt oder dirigiert, geht er auf die Straße, denn es gibt viel zu sehen. Verwundete, brennende Häuser, irgendwann einmal auch Napoleon, gesenkten Hauptes auf der Brücke, von Adjutanten umringt. Vom Dachboden aus kann man sogar Truppenbewegungen beobachten und Lagerfeuer und Mündungsfeuer. Hoffmann hatte in den Monaten zuvor für seine Fantasiestücke die Erzählung der Magnetiseur geschrieben, hatte einige Rezensionen verfasst und sich vor allem nach halbjähriger Pause im Juni wieder an die Komposition seiner Oper Undine gemacht. Er möchte sich jetzt einmal zusammenhängend über das Ideal der romantischen Oper äußern. Er beginnt damit, während die Kriegsereignisse um ihn sich überstürzen. Dieser Kontrast zwischen Oper und Krieg ist auch ihm befremdlich vorgekommen. Deshalb gibt er seinem kunsttheoretischen Dialog der Dichter und der Komponist einen auf die Zeitereignisse anspielenden Rahmen. An seinen Verleger schreibt er, die Einkleidung, welche die Spur der Zeitverhältnisse trägt, dürfte wohl ein größeres Interesse gewähren, als wenn ich dem Ganzen die Form einer trockenen Abhandlung gebe. In einer Episode dieser Rahmenerzählung schildert Hoffmann, wie die Bedrohung durch den Krieg die Menschen zu einer Schutz- und Überlebensgemeinschaft vereint, in der die Entfremdungen des bürgerlichen Alltags für einen Augenblick außer Kraft gesetzt sind und ein Stück konkreter Utopie des Zusammenlebens sichtbar wird. Ludwig, eine Figur der Rahmenerzählung, ist vor den einschlagenden Granaten schutzsuchend in den Keller geeilt, wo er die Hausgemeinschaft bereits versammelt antrifft, in der Stimmung einer eigenartigen Ausgelassenheit. In einem Anfall von Liberalität, die ihm sonst gar nicht eigen, hatte der im unteren Stock wohnende Weinwirt ein paar Dutzend Flaschen seines besten Weins preisgegeben, die Frauen brachten unter Zittern und Zagen doch, wie immer auf des Leibes Nahrung und Notdurft sorglich bedacht, manches köstliche Stück aus ihrem Küchenvorrat im zierlichen Strickkörbchen herbei, man aß, man trank, man ging aus dem durch Angst und Not exaltierten Zustand bald über in das gemütliche Behagen, wo Nachbar an Nachbar sich schmiegend Sicherheit sucht und zu finden glaubt und gleichsam jeder kleinliche künstliche Pa, den die Konvenienz gelehrt, in dem großen Dreher untergeht, zu dem des Schicksals eher eine Faust den gewaltigen Takt schlägt. Vergessen war der bedrängte Zustand, ja, die augenscheinliche Lebensgefahr und muntere Gespräche ergossen sich von begeisterten Lippen. Hausbewohner, die sich auf der Treppe begegnen, kaum den Hut gerückt, saßen Hand in Hand beieinander, ihr Innerstes in wechselseitiger herzlicher Teilnahme aufschließend. Diese Szene, sie enthält noch nicht das Grauen der späteren Bombenkeller, zeichnet den exaltierten Zustand der großen Nachbarschaft. Die sonst gegeneinander konkurrieren, jetzt vereinen sie sich. Keine Angst bewacht mehr das Eigentum und der eigensüchtige Erwerbssinn tritt zurück. Fremdheit und Distanz sind verschwunden wie ein Spuck. Der exaltierte Zustand der bedrohten Menschen im Keller wird zur Utopie einer exaltierten Gesellschaft, die es jedermann erlaubt, aus seiner hochgerüsteten und maskierten Existenz herauszutreten. Hoffmann hält dieses kurze Glück im Bilde des Tanzes fest. Der normale bürgerliche Alltag gleicht den abgezirkelten Schritten des Pa, den die Konvenienz lehrt, dagegen lässt die Exaltation an den volkstümlichen Dreher denken, zu dessen Schwüngen nicht Herkommen und Regel, sondern nur das Schicksal den gewaltigen Takt schlägt. Das Schicksal, das ist der Krieg, der eben nicht Begeisterung hervorruft, sondern Angst, jedoch eine Angst, die das Ängstigende des bürgerlichen Alltags verschwinden und dabei im Schatten der Todesdrohung ein kurzes Glück entstehen lässt. Dieser Einklang aller Wesen, Hoffmanns oft wiederkehrende Formel für die Utopie des gelingenden Lebens, entspringt hier aus der Solidarität gegen die Geschichte und ihre politische Bewegtheit. Solches Glück lässt sich politisch nicht herstellen. Es ist nicht politikfähig, weil jede Allianz mit der Macht es zerstören müsste. Es gibt aber auch einen Einklang aller Wesen, der nicht der Macht abgetrotzt ist, sondern den die Macht selbst erzwungen hat. Und gerade dort, wo die Macht über alle Vorstellungen mächtig ist und alle Wirklichkeit zur ihrer Wirklichkeit homogenisieren kann, schlägt das Grauen vor ihr in Faszination um. Als eine solche grauenhaft faszinierende Macht wirkte Napoleon auf die Zeitgenossen, auch auf Hoffmann. Seine politische Indifferenz bewahrte ihn nicht vor der damals fast epidemischen Ergriffenheit angesichts des Phänomens Napoleon. Dieser Napoleon war weitaus mehr als eine politische Realität Er war ein Mythos In jedem der sich zu ihm verhielt und jeder musste sich verhalten rührte er mehr auf als politisches Denken und politische Leidenschaften Er rührte an den seelischen Kern der damaligen Welt Das gilt für die Bewunderung die ihm entgegen gebracht wurde und für den Hass der ihm entgegenschlug Seine Macht kehrte das Innerste nach außen In diesem Sinn hatte Goethe gesagt Napoleon hat einen jeden aufmerksam auf sich selbst gemacht Und Hoffmann schreibt über das Zeitalter Napoleons Diese Zeit hegte nicht allein den uns angeborenen Sinn fürs Wunderbare unsere Gier nach unerwarteten Ereignissen Nein sie tat mehr sie überflügelte mit dem Ungeheuren was sie geschehen ließ unsere kühnste Einbildungskraft Überall wird Napoleons Büste verkauft Goethe kann nicht genug davon bekommen Tieg besitzt sie Jean Paul der sie gerne verschenkt die Brüder Schlegel die sie überall hin mitnehmen Doch nach Jena und Auerstedt 1806 beginnt der Umschwung Napoleon der fast alle deutsche Territorien besetzt hält und neben mancher Modernisierung auch viel Bedrückung bringt büßt in den Augen der Zeitgenossen zwar nichts von seinem Genie ein er bleibt die Verkörperung des Weltgeistes aber es ist jetzt ein Böser ein dämonischer Geist der in ihm und durch ihm wirkt der Widergeist die Hölle die gefallene Natur eine Mischung aus Prometheus und Mephisto selten ist jemand mit solcher Inbrunst gehasst worden wie dieser Napoleon alle geistigen Strömungen haben ihren eigenen Napoleon Hass entwickelt die einen hassen den Despoten die anderen den Revolutionär wieder andere den Verräter an der Revolution Man man hasst in ihm den Fuhrer des Rationalismus dem keine Bindung heilig ist den Geist des gesinnungslosen Macht Zynismus man hasst in ihm die hybride Gestalt des losgelassenen Ichs und nicht zuletzt den nationalen Feind der Deutschen Napoleons Größe Goethe sagte der Mann ist euch zu groß musste dem Hass eine erhabene geschichtsphilosophische Wendung geben Die Geschichte oder Gott gleich viel haben ihn zur Gewalt des Weltgerichts bestellt Napoleon ist die zerstörerische Natur noch in der Zerstörung grandios ein Vulkan ein Donnerwetter kein Wunder dass es nicht gelingen will ihn zu bändigen Der Dämon schreibt Hoffmann nach Napoleons Flucht aus Elba entsprang aus dem Kreis in den ihn zu bannen endlich gelungen war und mit dieser Tat schlug er an die ehrenden Pforten seines finstern entsetzlichen Reiches an dass die Höllengeister aus der Ohnmacht erwachen und ihre blutigen Krallen ausstrecken sollen nach allem wahren rechten Heiligen schlug 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 Amen. 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 Amen.